Schicht im Schacht. Diese Kohlekumpel in Südwestrumänien müssen ihren Job in der Petrila-Mine an den Nagel hängen. Nach mehr als 150 Jahren hat die älteste Mine des Landes dicht gemacht. Ionel Tinka hat in der Mine gearbeitet, seit er 17 war. Auch sein Vater war im Bergbau tätig. Leider sieht die Zukunft düster aus für den Bergbau in Rumänien. Mir tut das weh, denn das ist der Beruf, für den ich mich entschieden habe und der Beruf, den ich liebe. Ich habe meinen Lebensunterhalt davon bestritten. Ionel Tinka wird nun erstmal in einer anderen Mine in der Region arbeiten. Doch auch die soll in zwei Jahren schließen. Mit seinem Schicksal steht er nicht alleine da. Die meisten seiner Kollegen gehen in den Ruhestand oder sie werden arbeitslos. Vor dem Ende des Kommunismus waren in Rumänien 55.000 Menschen im Bergbau beschäftigt. Heute sind es gerade mal noch 6.000, etwa ein Zehntel. Es ist ein Schlag für die Region um den Fluss Schiu und für Petrila. Wenn die Minen schließen, wird das einen Rückgang bei der Bevölkerungszahl mit sich bringen. Und es wird immer härter werden, hier zu leben, weil alles vom Bergbau abhängt. Jahrzehnte hatte der Staat die Bergbaubranche finanziell unterstützt. Doch in jüngster Zeit liegt der Fokus politisch auf umweltfreundlicheren Energiequellen. Die Gebäude der Petrilamine werden nun abgerissen. Das Metallmaterial wird verschrottet. Für die Kohlekumpel und ihre Familien ein trauriges Ende.